Ich war tatsächlich gerade so blöd, dass ich googeln musste. Ich weiß jetzt, dass ich meditiere, wenn ich an einer Feuerstelle stehe. Wenn ich an einer Feuerstelle stehe. Nicht? Vielleicht weil wir sie mir da gerade nicht... Ich gehe mal eben auf die andere Seite rüber. Eigentlich soll man meditieren, wenn man an einer Feuerstelle steht. Aber da ich gerade irgendwie nicht mal zu der Feuerstelle hinkomme, bin ich doof. Wie sieht Mickey weg da? Ja? Dann rede ich gerade nochmal mit ihm. Aber ich habe alle Zutaten. Ich habe alle Zutaten. Gut. Jetzt ruht euch aus und bereitet den Trank gemäß der Formel zu. Wir unterhalten uns später. Ich will an die Feuerstelle. Warum kann ich nicht an die Feuerstelle? Jetzt geht's. Um einen Trank herzustellen, klickt ihr mit der linken Maustaste auf die Fiole. Okay. Meditieren. Bis zum Morgengrauen wäre, glaube ich, mal... Na... Da. Äh... Mit der linken Maustaste auf die Fiole. Wo bitte ist hier eine Fiole? Ich stelle mich ein wenig blöd an, das weiß ich. Ähm... Unbekannter Trank. Weiße Möwe. Äh... Um den zu stapeln... Ich links klicke. Was ist das hier? Trophäenfach. Fach für Ungeheuer angenehm... Ah... Ah... Fach für ein Gerät... Ah, das ist... Ach, jetzt habe ich das Schnellfach gefunden. Äh... Silberschwertfach. Ring- und Siegelfach. Kurzwaffenfach. Okay. Wo ist eine Fiole? Seht ihr hier irgendwo eine Fiole? Ich weiß, ich stelle mich echt, echt blöd an. Muss ich erst starten? Hm? Nein, ich glaube nicht. Ich befürchte nicht. Ich befürchte, ich habe es verpeilt. Die... Fiole hat... Also... Ja. Um in den Mediationsmodus zu wechseln. Ja. Bei Brenn- und Lagerfeuern. Mach ich. Aber... Wie stelle ich das denn jetzt... Ah... Boah... Ich bin auch blöd. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Trankzubereitung. Wählt die Formel, die als... Wählt die Formel, die als Triss-Heil-Trank markiert ist, um automatisch Zutaten in die Fiole zu geben. Links klickt dann auf Mischen. Unten rechts auf dem Bildschirm. Unten rechts. Okay. Wählt die Formel. Ähm... Links das Stundenglas und meinen neuen Trank... Ah, okay. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ähm... Mischen. Muss ich nicht mehr mischen? Ich dachte, ich muss mischen. Hier sagt... Au... Ach so, weil ich Doppelklick gemacht habe. Gut, dann mache ich eine Stunde Meditation. Ist ja auch nicht so, als hätten wir gerade schon die ganze Nacht irgendwie meditiert oder so. Nein. Weil ich mich ein bisschen zu blöd angestellt habe. So, weil jetzt haben wir nämlich die neue Aufgabe, äh, ich sollte den Trank zu Triss bringen, die sich in ihrem Raum im oberen Stockwerk auffällt. Nein, nein, hat's funktioniert. Das ist doch schon mal etwas. Und irgendwie renne ich gerade in die falsche Richtung. Ja. Muss ich durch die... Ich gehe mal durch die Küche. Entschuldigung. Huch. Im oberen... Ach, im oberen Stockwerk. Okay, ich will es hochgehen. La 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 la. Eine tolle Treppe. Also, Alchemie ist, glaube ich, echt nicht so meins. Ich bin froh, dass ich das ausgewählt habe, dass es, ähm... Dass ich nicht unbedingt Alchemie zum Überleben brauche, weil ich befürchte, dann könnte das Überleben schwierig werden. Ist das Trisszimmer? Nein, das ist das falsche Zimmer. Es ist das falsche Zimmer. Es ist das falsche Zimmer, glaube ich, oder? Ja, doch, es ist das falsche Zimmer. Treppe zu Trisszimmer. Ach, noch eine Treppe. Okay. Ach, okay. Oh. Ja, Mensch. Wenn schon, dann ein Luxuszimmer. Aber sie befindet sich, glaube ich, oben. Ja, sie befindet sich oben. Also, beziehungsweise, da müssen wir ganz schnell mal eben hin teleportieren. Nicht? Doch, da befindet sie sich. Aber wir können uns da umsehen. Hammelwein. Regeneriert Vitalität. Ich glaube, das nehme ich einfach mal mit. Stört ja irgendwie keinen, ne? Oder? Stört das irgendwie hin, wenn ich hier was mitnehme? Ein Trank. Mittlerer Alkoholgehalt. Viele halten ihn für den edelsten Wein der Welt. Äh, nein. Wir brauchen keinen Alkohol. Kann ich mich hier noch weiter umsehen? Ne, die Schriftlerale können wir nicht angucken. Hm. Da ist ein... Ist da ein Tiger? Ja. Triss. Doppelklickt auf Heiltrank, um ihn Triss zu verabreichen. Tipp, gewinnt das Wohlwollen anderer Charaktere, indem ihr ihnen geschenkt habt. Oh, okay. Ach, okay. Dafür muss ich ins Inventar und dann auf den Heiltrank klicken. Ah. Ich bin wieder da. Ich bin bald wieder da. Oh, oh. Ne, ich hab das bald überlesen. Ah. Ist das der... Ja. Habt Dank, Geralt. Ich hoffe, dieser Trank hilft. Es war schrecklich. Ich träumte, dass Lambert bei mir war. Er starrte mich an und sagte Sachen wie, stepp mir bloß nicht weg, Marygold. Und er nannte mich einen Dickschädel. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist? Freut mich, dass es euch besser geht. Ich weiß, wir sollten aufbrechen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht nie zurück. Wollt ihr nicht noch etwas bei mir bleiben? Es hört sich an wie eine Einladung für etwas anderes. Ich nehme mal an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Triss. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Andererseits muss sie sich natürlich auch ein wenig erholen. Ich erlaube ihr mal, sich zu erholen. Ich nehme mal an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid. Als ich euch sah, kamen alle Gefühle, die ich leugnen wollte, wieder stärker denn je. Triss, ich bin noch nicht bereit, über die Vergangenheit zu reden. Natürlich, ich sollte euch nicht drängen. Ich fühle mich nur so... Oh, ihr Mächte! Ich benehme mich wie ein pubertierendes Mädchen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich fürchte, ich habe euch alle enttäuscht. Vergebt mir. Hm, pubertierendes Mädchen. Ich bin ja mal gespannt, was wir da noch aufdecken aus seiner Vergangenheit. Äh, es ist nicht eure Schuld, ihr habt uns geholfen. Jeder macht Fehler, gehen wir zurück. Nein, es ist echt nicht ihre Schuld. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Es gibt nichts zu vergeben. Was ich empfand, als ich erfuhr, dass ihr lebt, ich wüsste nichts Vergleichbares. Ausgenommen vielleicht, was ich empfinde, wenn ich euch ansehe. Ich habe euch ja so vermisst. Mal sehen, ob das beste Bett in Kermorhen uns aushalten kann. Ich sag's. Es war mir ein Vergnügen, wie immer. Wie immer? Ihr erinnert euch wirklich an nichts? Bedauerlicherweise. Nun, dann habt ihr etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Wie auch immer. Erzählt mir, wie ging der Kampf aus? Sie brachen in das Labor ein, töteten Leo, stahlen unsere Mutter Gene und entkamen. Armer Wesemir. Weder ein Schützling, der vorzeitig starb. Wir haben mit der Beerdigung gewartet, bis ihr wach seid. Vielen Dank. Was die Mutter Gene betrifft, ihr Verlust könnte eine Katastrophe bedeuten. Vergeuden wir keine Zeit mehr. Außer, ihr möchtet mich noch etwas fragen. Hm. Ja, Entschuldigung, da ist meine Aufnahme anscheinend gerade etwas abgebrochen. Äh, ich hoffe, es fehlt nicht zu viel. Ähm, was ihr eventuell verpasst haben könntet. Ähm, Triss, Merigold, wie auch immer, wollte, dass Geralt noch etwas länger bleibt. Und, äh, ja, es kam, wozu es kam? Wir sind ja alle schon 18, ne? Wir sollten Wesemir nicht warten lassen. Wisst ihr sonst noch etwas über den Zauberer, der das Labor verwüstet hat? Könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Oh, das wäre interessant. Könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Dazu müsste ich euch untersuchen. Es kann durchaus sein, dass euer Gedächtnis von allein zurückkehrt. Wie groß ist die Chance? Das ist schwer zu sagen. Hilfreich wäre, wenn ich wüsste, was den Gedächtnisverlust ausgelöst hat. Tja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Geralt, können wir gehen? Ähm, Der Diebstahl. Der Diebstahl. Welche Folgen könnte er haben? Die meisten Zauberer und Herrscher würden ihre habgierigen, machthungrigen Seelen verkaufen, um an diese Mutagene zu kommen. Nur ein Meister der Arkanen Künste kann etwas mit diesem Wissen anfangen. Von ihnen gibt es nicht mehr viele. Was ist mit wohlhabenden Kaufleuten, Herzögen, Königen? Vielleicht. Alles ist denkbar. Aber wir vergeuden nur Zeit mit derlei Spekulationen. Wir haben einfach nicht genug Informationen. Stimmt. Geralt, können wir gehen? Ja. Ja, wir können gehen. Wir sollten Wese mir nicht warten lassen. Dann kommt. Das Außenbereich von Kermuen. Mensch, das Mädel dringt aber ganz schön. Und einen großen Ausstatt hat sie noch dazu. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küsten. Dann gehe ich nach Osten, nach Cadwyn, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Volktest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vysima. Triss. Nicht, Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Auf bald, Triss. Es gelang den Räubern Geheimnisse zu stehen, welche die Hexer jahrhundertelang behütet hatten. Ihr Anführer, ein sirikanischer Magier, erwies sich selbst für Triss Merigold zunächtig. Die Hexer begaben sich auf die Suche nach den gestohlenen Geheimnissen und brachen alle Himmelsrichtungen auf. Geralt von Riva ging südwärts nach Vysima. Und ein Ladebildschirm. Irgendwie scheint die Aufnahme immer nicht so ganz mit, ähm, mit diesen Sequenzen klar zu kommen. Ähm, es werden also ein paar Schnitts drin sein. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich hoffe, das geht noch. Umland von Vysima. Und ja, ich nehme mit Fraps auf. Also eigentlich sollte es nicht so das Problem sein. Caroline, ich bin müde. Es ist nicht mehr weit. Wir sind bald da. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus. Und schau nicht zurück. Verstanden? Das ist eine Böse. Lauf! Was zur Hölle? Schließ das Tor! Schnell! Die Bestie! Die Bestie greift an! Geht Alarm! Geht Alarm! Geralt! Euch hat Militäle gesandt! Draußen ist eine Frau. Die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft dir! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau. Diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite. Ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Ach du... Okay. Ui! Oh, 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 oh! Wir verlieren ein wenig an Gesundheit. Aber wir schaffen das. Ja. Was war denn das? Magie sicherlich. Die Bestie! Geralt, seht! Das Zeitalter von Schwert und Axt drückt näher. Das Zeitalter des Weißen Frost und Weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung rettet der Reak, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten, aus händlich Heer, aus einem Samenkorn. Ein Samenkorn, das nicht treint, sondern in Flammen aufgeht. Die alte Elfen-Prophezeiung von Idlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja. Sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese. Nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot. Und nicht, aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamander-Abzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Psst, nicht so laut. So jemand war hier. Aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Oh, eine Elfen-Prophezeiung also. Lustig, dass sie ein wenig angezogen ist, wie eine Elfe meiner Meinung nach. Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Sind wir uns schon mal begegnet? Was führt euch in dieses Dorf? Und was wird aus Algen? Ja, wir nach den Salamandran würde ich gerne mal fragen. Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Wow, also diese Peitsche ist aus gutem Grund verboten. Sie haben jemanden getötet, den ich mochte und mir etwas gestohlen. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, wenn wir das sagen. Aber vielleicht kann sie uns helfen. Sie haben jemanden getötet, den ich mochte und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. Nein, möchtest du nicht. Aber um etwas für Geras Vergangenheit zu tun, möchte ich auch einmal fragen, ob wir der Dame schon mal begegnet sind. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von Ihnen euch helfen. Hm, okay. Fragen wir doch mal nach Ihren Beweggründen. Vielleicht können wir ihr helfen und uns dabei ein bisschen was verdienen. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Major-Krankenhaus in Visima, um bei der Bekämpfung der Catriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Okay. Wir sprechen uns noch.